Diese drei Beast Mode Parfums sind die stärksten Düfte, die ich persönlich kenne. Tipp Nummer 1, Air Tiger von Marc Gebauer. Dieser Duft ist ein super dunkler, würziger, maskuliner Gentleman-Duft, der mit einer Haltbarkeit von über 24 Stunden und einer sehr, sehr starken Projektion auf jeden Fall für Eindruck sorgen wird. Tipp Nummer 2, U Z Temmude von Maison Francisco Gjan in der Extrait de Parfum Konzentration. Dieser Duft ist so stark, dass du ihn am nächsten Morgen noch auf deiner Haut riechen wirst. Bei diesem Duft darfst du auf gar keinen Fall zu viel davon verwenden, weil dieses rosige andere Menschen ansonsten extrem abstoßen wird. Und Tipp Nummer 3 ist ganz klar, mein eigener Duft. Denn tatsächlich ist dieser Duft mit seiner hohen Konzentration von 30% eine extreme Haltbarkeitsbombe. Und es gibt sogar Kunden von mir, die berichten danach, dass sie nach 53 Stunden den Duft noch riechen konnten. Das heißt ja, an dieser Stelle auf jeden Fall mein Duft U31 auch ein richtig krasser Beast Mode Duft.